TV-Übergeneral TV-Übergeneral hier in Nussloch. Es hat gebrannt. Mein Name ist Bernd Rentsch, ich bin Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Nussloch. Mir wurde alarmiert zu einem Wohnungsbrand hier in Nussloch in der Müllstraße. Gemeldet war Wohnungsbrand, starke Rauchentwicklung. Rausgestellt hat sich das Ganze dann mit einem Brand auf dem Balkon, mit starker Rauchentwicklung. Wir sind dann über die Steckleiter vor und haben den abgelöscht. Im Moment lüften wir noch die Wohnung und das war es dann eigentlich auch schon. Keine Personenschäde, alles geräumt. Allzeit bereit Feuerwehr, immer bei Ort. Natürlich, richtig. Allzeit bereit. Dankeschön. Kein Problem. Kein Problem. TV-Übergeneral